Eine selbstgebaute Knallkette. Nein, die ist nicht selbst gebaut. Das ist aus dem Veko-Knallkettensortiment. Okay, Veko-Knallkettensortiment. Ja, geht schon los. Das war spektakulär, unspektakulär, würde ich sagen. Ja, lieber selber bauen. Und wir liefern gleich eine nach mit B-Böllern. Das waren jetzt gerade A-Böller. Vielleicht zündet die ja ein bisschen schneller. Ja. Ja, Druck war okay. Tempo hat es zwischendurch mal nachgelassen, leider. Aber war in Ordnung. Aber selbstgebaut ist besser. Ja, da ist auch. Fair. Sorry. tyle. Ja, aber wenn Sie gehen. Ich kann es nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020